Musik Hallihallo, Hallöchen zu einer neuen Folge von Hero Zero. Da bin ich wieder. Jetzt, Ende des Januars, möchte ich euch wieder mit einer neuen Folge beglücken. Ich merke, dass es euch nicht so sehr gefällt, dass ich so wenig Videos mache, aber ich habe das Gefühl, dass Hero Zero nicht mehr das Spiel ist, wo ich jede Woche, beziehungsweise vielleicht jeden Tag, ein Video machen kann. Deswegen habe ich mir überlegt, vielleicht wieder wöchentlich ein Video zu drehen, ob es Hero Zero wird oder ob es ein anderes Spiel wird, das weiß ich noch nicht. Es kommt immer darauf an, wie viel ich über Hero Zero erzählen kann, weil einfach nur Blödsinn erzählen und nebenbei Hero Zero spielen, macht ja auch keinen Spaß. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das findet. Jede Woche ein Video, aber verschiedene Spiele. Hero Zero kommt immer dann, wenn ich genug zu erzählen habe, wie heute zum Beispiel nachträglich zu den ganzen Updates, die im Forum stehen. Gerade ist ein Schurke da auf Server 5, auf Server 6, auf Server 7, auf Server... Auf allen Servern. Und den greife ich natürlich mit meinen beiden Chars an. Hier auf Server 5 und hier auf Server 6. Wie ich gerade sehe, habe ich gar keinen Begleiter auf Server 6 angezogen. Das ist natürlich auch ganz blöd. Da habe ich nämlich schon meinen stürmenden Schlüpper auf Stufe 30 gebracht. Und ja, worüber ich eigentlich erstmal erzählen möchte, ist hier. Die Neuerungen im Forum sozusagen. Das ist die erste Neuerung, die Anfang des Jahres 2014 im Forum zu sehen war. Denn mit den Wartungsarbeiten bzw. den zukünftigen Updates wurde es jetzt ein bisschen geändert. Es war ja jetzt immer so, dass alle drei Wochen Updates kamen, wo neue Spielelemente eingeführt wurden. Sowie Wartungsarbeiten, also Fehler ausgebessert, das System stabilisiert und so weiter. Jetzt, im Jahr 2014, hat es Hero Zero bzw. Playata so geregelt, dass der drei Wochen Zyklus beibehalten wird. Jedoch dort nur noch Wartungsarbeiten bzw. Fehlerbehebungen durchgeführt werden. Das heißt, alle drei Wochen kommt sozusagen ein Update in Anführungsstrichen, wo keine neuen Futures in das Spiel implementiert werden, sondern einfach die alten Futures überarbeitet werden, Fehler ausgebessert werden und Wartungsarbeiten am Server etc. vorgenommen werden. Die neuen Futures kommen raus aus dem Drei-Wochen-Zyklus und werden immer separat mit einem Veröffentlichungsdatum angekündigt. Das heißt, wenn Sie jetzt der Meinung sind, okay, wir haben jetzt ein neues Future, das ist einsatzbereit, das können wir auf die Server spielen, dann wird das in einem separaten Street angekündigt, dass an dem und dem Tag, sagen wir jetzt mal, wie bei den Sondereinsätzen, der 14. Januar, dass dort das Future reingebracht wird und dann ist es auch so. Also wir dürfen uns jetzt nicht mehr darauf freuen, dass je aller drei Wochen ein neues Future im Spiel implementiert wird, sondern es wird jetzt immer angekündigt und das kann mal einen Monat dauern, das kann mal zwei Monate dauern, das kann aber auch nur ein paar Wochen dauern. Es kommt immer darauf an, was für ein Future implementiert wird und was man dann Neues im Spiel entdecken kann. Ich schalte mal kurz wieder um zu meinen Helden, denn ich bin hier noch fleißig am Antreten gegen den General Bombenman und jetzt auch schon wieder zurück im Forum. Ja, das ist das, was Xashia, unsere Community-Managerin, am 3. Januar hier im Forum verfasst hat. Das Beispiel dafür konnten wir gleich mal sehen, denn am 8. Januar war es soweit, da wurde die Ankündigung geschrieben, dass ein neuer Sondereinsatz kommt. Ja, endlich, wir haben es uns lange gewünscht gehabt, am 8. Januar war die Ankündigung soweit, dass am 14. Januar, das war noch ein normaler 3-Wochen-Zyklus, dann wirklich ein neuer Sondereinsatz endlich kommt, den ich auch in dieser Folge mit euch durchgehen möchte. Und da hat Xashia geschrieben, aufgepasst, liebe Helden, in Hero Zero erwartet euch schon bald ein neuer spannender Sondereinsatz. Sobald die geplanten Wartungsarbeiten am 14. Januar abgeschlossen sind, können Helden ab Stufe 120 bei Missionen einen Hinweis finden, der den neuen Sondereinsatz freischaltet. Wir wünschen euch jetzt schon viel Spaß. Ja, und dann war es auch soweit, dass der 14. Januar anbrach. 8.15 Uhr kam dann hier die sogenannte Patchnote, dass ein neuer Sondereinsatz implementiert wurde, dass es die Yollywood Filmstudios darstellt. Und ja, dazu kamen natürlich Wartungsarbeiten und diverse Fehler in der mobilen Version. Das ist jetzt auch schon wieder eine Woche her. Auf Server 5 bin ich noch ordentlich am Spezialmodus, diesen Sondereinsatzes am Pfeilen. Ich schaffe es irgendwie nicht. Viele aus meinem Team haben den ohne Probleme geschafft. Ich hänge da wie ein Schluck Wasser und schaffe ihn leider nicht. Aber das soll dem Mut nicht abdanken. Scheiße, was war das für ein Deutsch. Das soll uns nicht aufhalten, denn wir wollen auf Server 6 diesen Sondereinsatz zumindest im normalen Modus. Ich hoffe, ich schaffe ihn in einem Wisch wie auf Server 5. Möchte ich den wenigstens zu Ende führen, damit ich euch einmal die Story nahe bringen kann. Ich habe aus meinem Team schon gehört, die haben den einfach durchgespielt und hatten gar keinen Bock, da die Story durchzulesen. Aber ich glaube, das ist genau das Interessante an so neuen Sondereinsätzen, die Story, die dahinter steckt. Yollywood Filmstudios ist schon mal eine interessante Umgebung. Und dann möchte man natürlich auch wissen, welche Schurken bzw. welche Bösewichte haben sich dort dann wieder eingeschlichen und möchten ihr Unwesen treiben. Und dafür bin ich da, um euch diese Neuigkeiten mitzuteilen. In einer Minute und 50 geht es los. Bis dahin möchte ich meinen Helden noch skillen. Ich weiß gar nicht, warum ich das immer für mich herschiebe. 13 Millionen habe ich jetzt schon wieder auf dem Konto. Ich denke mir immer so, okay, ich mache das vielleicht während des Let's Plays, vielleicht ist das ein bisschen interessant zu sehen, wie viel ich hier für einen Skillpunkt ausgebe. Auf der anderen Seite denke ich mir dann immer so, naja, sehr interessant ist das nun auch nicht, wenn ich hier jetzt einfach nur die ganze Zeit die Button klicke und theoretisch noch das Geräusch dazukommt. Das Geräusch nervt mich aber, deswegen habe ich die Sounds jetzt eiskalt einfach mal abgeschalten. Und ich hoffe, es geht auch so, wenn ihr nur meine Stimme hört. Die ist ja auch betörend, oder nicht? 228.000 kostet für mich jetzt hier schon ein Skillpunkt. Das ist natürlich eine Menge. Und ja, ich glaube, wenig andere haben die schon so teuer. Turbo, Boy wahrscheinlich. Und ich habe immer noch den Neuverteilen-Button, ist ja klar, den möchte ich immer noch nicht einlösen. Und bitte fragt mich nicht, wieso ich diesen Button noch habe, was der Button zu tun hat. Das habe ich alles in irgendeinem Let's Play zuvor schon mal erklärt. Schaut euch einfach von Folge 1 bis Folge 105, dürfte das jetzt sein, alle Videos an und dann werdet ihr erfahren, was es mit diesem Button auf sich hat. Ja, mein Frosty ist jetzt bald schon Stufe 27. Da habe ich den dann bald auch auf Stufe 30. Dann habe ich endlich auch einen Begleiter mit der Fähigkeit von der Schippe springen. Und mein Nilsson ist natürlich auch noch am Start, den mache ich immer für Teamkämpfe rein. Noch ein Begleiter, ah, Brutus hat auch von der Schippe springen, habe ich gar nicht gewusst. Aber der hat dann nur Krips und eine Direktion, wobei das auch nicht so schlecht ist. Hm, hätte ich den mal hochgeskillt. Naja, YOLO. Ja, ansonsten habe ich keinen mit von der Schippe springen. Pumpkin ist natürlich auch lustig, aber der hat jetzt nicht die besten Fähigkeiten und die besten Attribute hat er auch nicht. Schade. Nun gut, 1 Minute 50 habe ich überbrückt. Das heißt für mich jetzt, ich gehe hier auf Server 6, greife den Generalbombmann nochmal an, mache noch ein Teamkampf, ein Duell gegen einen Gegner, der mir nicht das Wasser reichen kann. Ich werde mal hier in die 700er Ränge reingehen. 142, ja, das wird kein Problem darstellen. Und dann geht's los mit dem Sondereinsatz, der den schönen Namen trägt, völlig abgedreht. Völlig losgelöst. Lalalalalala. So, völlig abgedreht. Wir sind in den Yollywood Filmstudios bei Studio 1 und werden mal schauen, welcher Schurke da auf uns wartet. Mit deinem Raketenrucksack landest du auf dem Studio Gelände. Du suchst nach dem ersten Filmset, um dort die Dreharbeiten zu sabotieren. Vielleicht fragst du mal den Wächter vor Halle 1. Er hilft einem anerkannten Held, wie dir sicherlich dabei, hier aufzuräumen. Okay, das heißt, die Yollywood Filmstudios sind Filmstudios von der Organisation, von der bösen Organisation. Das heißt, wir als Held brechen in die Yollywood Filmstudios ein und versuchen dort das Unwesen rauszutreiben. So, und da tun wir jetzt hier den, was ist das? Das ist ein Wächter vor Halle 1. Den versuchen wir jetzt mal hier zu töten, das ist kein Problem. Das war die Studiowache. Der Wächter steckte offenbar mit dem Filmstudio-Bossen unter einer Decke und schweigt wie ein Grab. Du machst kurz einen Prozess mit ihm. Ratlos schaust du dich um und entdeckst am Imbissstand einen Star-Regisseur. Vielleicht weiß der mehr. Ja, minus 334. Gute Stats. Da ist er schon, der Star-Regisseur. Der Name ist Programm. Star-Regisseur Del Torso kann einfach nicht mit dem Essen aufhören. Tatsächlich hast du den Eindruck, dass er dich offensiv ignoriert. Und das, wo du so freundlich gefragt hast, verschafft dir etwas Gehör bei ihm. Ja, kein Problem, den Star-Regisseur Del... Was für ein Wort, Star-Regisseur. Und jetzt habe ich nicht gelesen. Fuck. Tut mir leid, Leute. Wir gehen gleich weiter. Der Agent der Nationalen Studio-Agentur schiebt seine Sonnenbrille auf die Nase, nuschelt was in sein Funkgerät und guckt dich starr an. Ohne Druck wird er dir nichts verraten. Also drück ihn mal. Ich umarme ihn mal, den Agent der Nationalen Studio-Agentur, und schon ist er wieder besiegt. Gut geschüttelt und nicht gerührt steht der Agent nun vor dir. Weinerlich hält er dir die Bruchstücke seiner Sonnenbrille in der Hand. Mit einer Träne im Auge. Schickt er dich zur Goldstatue. Die Stars dort wissen vielleicht mehr. So, da sind wir jetzt schon bald bei hier dem Oscar der Yollywood Filmstudios. Beim Gegner 4. Die Schauspielerin vor dir weiß bestimmt, wo hier die falschen Geschichts-Dokus gedreht werden. Aber sei vorsichtig. Ihre Erfahrenheit in der Filmbranche machen sie zu einem gefährlichen Gegner. Das glaube ich nicht. Ein bisschen mollig ist die junge Frau mit einer schönen Brille am Stiel. Und da war es ja auch wieder Geschichte. Du nutzt ihre größte Schwäche aus. Ihre Föhnfrisur. Du greifst nur einmal beherzt zu und schon plappert sie wie ein Papagei. Die Drehs finden allesamt auf der anderen Straßenseite statt. Nichts wie hinten. Also, wieder zurück auf die andere Straßenseite zu den, äh, wie nennt man das? Kulissen. Kulissen. Auf dem Weg zu den Sets bäumt sich ein Manager vor dir auf. Ziemlich unfreundlich tippt er dir an die Schulter und schickt dich los, um ihn etwas vom Imbissstand zu holen. Was fällt dem Typen ein? Lass das nicht auf dir sitzen. USB-Schaumstoffkanone des Flächenschadens mit minus 517. YOLO. Du gewinnst, wer hätte das gedacht, den Kampf mithilfe deiner absolut unmöglichen Finanztabelle. Als du ihm den Ausdruck zeigst, bricht er abwechselnd in ihres Lachen und Weinen aus. Der arme Kay wird niemanden mehr belästigen. Und nun weiter zu den Sets. Abmarsch. Wir gehen weiter. Da sind die Sets und da wartet eine Mülltonne auf uns. Ein falsch verkleideter Statist mit einem Holzstab stellt sich dir in den Weg. Er knallt den Stab auf den Boden und schreit dir ins Gesicht. Du kannst nicht vorbei. Der irre Kerl muss auch mit dem Studiobossen zusammenarbeiten. Zeige ihm, was du von Geschichtsverdrehern hältst. Verkleideter Statist. Ja, schöne Mülltonne. Von wegen. Du überreichst dem falsch verkleidenden Hydranten eine deiner Wackelbild-Autogramm-Karten und schon lässt er dich ziehen. Es tut mir leid, lieber Statist. Du warst keine Mülltonne, du warst ein Hydrant. Gegner 7 bei den CIA-Leuten. Na dann. Du baust dich im Breitbild-Format vor der Linse auf. Der Kameramann sollte eigentlich keine Chance gegen einen Helden wie dich haben. Finde es heraus. Als könnte der mir... Wie kann der mir denn was antun? Der sieht so, so, so dumm aus. Und nachdem du bewiesen hast, dass du als Held in allen Bildformaten ein exzellentes Bild abgibst, lässt der Kerl die Kamera fallen und rennt davon. War doch ganz einfach. Ja. Für einen Schlüpperstürmer kein Problem. Jetzt sind wir richtig an den Sets dran. Der Schauspieler vor dir begrüßt dich mit guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Was für ein Kauz. So ein fieser Kollaborateur hat eine Abreibung verdient. Wünsch ihm auch eine gute Nacht ganz auf deine Weise. Ein echter Schauspieler. Hui. Minus 320 Wurfwaffen ist natürlich auch was Geiles. Schuhabsätze. Du verklickerst dem Schauspieler, dass alles hier nur Teil eines abgekarteten Spiels ist. Daraufhin zieht er seinen dicken Rollkragenpulli aus, schmeißt ihn zu Boden und dankt dir. Auf geht's zum nächsten Set. Das vorletzte Set. Jetzt hier am Start. Mit dem Drachen, der... Blinzelt. Nice. Der junge Schauspieler ist ganz schön frech. Was treibt ihr auf meinem Set? Wir drehen hier eine der spannendsten Storys unserer Geschichte. Verdammt. Aha. Aber nicht mehr lange. Verpasst dem Geschichtsverdreher eine Abreibung. Hochnäsiger Jung-Schauspieler. Mann ist der winzig. Ha. Kampf erfolgreich. Du hast das Kostüm des hochnäsigen Burschen dermaßen verhandelt, dass die Produktion zum Stillstand kommt. Du reibst dir die Hände, denn jetzt kannst du dir den Regisseur des Ganzen vorknöpfen. So, dann war es das fast schon wieder mit dem letzten, mit dem neuen Sondereinsatz. Wir schauen mal, was der Regisseur hier uns noch entgegenzusetzen hat. Du konntest alle Filmprojekte erfolgreich stören. Nun steht dir nur noch diese Regisseur-Legende im Weg. Lass dich nicht von Geschichten über seine alten Science-Fiction-Filme einlullen. Lullen. Ab geht. Die Post. Badabada, badabada. Mit einem Kampf kannst du das Luftschwert eines Schauspielers klauen und bringst den Regisseur damit schließlich zur Einsicht. Okay, okay. Das Drehbuch war eh Murks, sagt er schließlich und verschwindet. Ein erstklassiger Sieg. Danke, liebe Leute. Du hast alle Drehs auf dem Studiogelände sabotiert und die Geschichte unserer Welt bewahrt. Dabei hast du eigentlich nur die Welt vor ein paar schrecklichen B-Movies gerettet. Filmfans auf der ganzen Welt feiern dich als Retter der Filmkunst. Wir haben den Oscar der Yollywood Filmstudios und sind jetzt hier am Spezialmodus angelangt, den wir wahrscheinlich nicht anfangen können. Deswegen 325, ja YOLO. Das hat keinen Sinn, aber das ist auch kein Problem. Wir haben 6 Fähigkeitspunkte hier auf Server 6 erhalten, greifen wieder unseren schönen Captain Bomberman an. Ich hoffe, ich hoffe, es hat euch gefallen, die kleine, das kleine Workaround durch den neuen Sondereinsatz. Viel mehr wird es in dieser Folge nicht mehr geben. Favorisiert, kommentiert, bewertet, teilt das Video, wie ihr gern lustig seid. Ich hoffe, ich werde es schaffen, wieder mehr Videos für euch zu produzieren. Ich glaube, ich sage es jede, jede Folge. Aber ich meine es wirklich ernst, aber heute habe ich frei, heute ist Montag, weil ich das Wochenende auch frei hatte. Dafür muss ich jetzt von Dienstag bis Sonntag arbeiten. Das heißt, ich habe wieder kein Wochenende. Das heißt, ich habe keine Zeit. Und das heißt, es wird nächste Woche wieder ein Video geben, wie ich es versprochen habe. Kommt halt die Frage, ob es 0-0 sein wird oder ein anderes Spiel. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wissen wollt, bzw. wenn ihr Vorschläge habt, was für ein Spiel es sein soll. Ich habe da schon was in Planung, so im Kopf. Ich weiß nicht, ob es euch gefallen wird, aber lasst euch überraschen. Bis dahin, das war euer Schlüpperstürmer.